Ich hab gesagt, ohne, ich sollte keinen Teamfighten machen. Komm mir! Alter, wurde ich auch geplant. Keine Ahnung, keine Ahnung. So kriegt es alles jetzt nicht aus, andere. Ja, weil der andere gekommen ist. Ja, guck mal, ich hätte die auch alleine gemacht. Ich hätte ein Penta gemacht. Kann mal einer top gehen? Ey, sag mal Zett Bescheid, der soll top sein. Junge, sag mal Zett Bescheid, du hast irgendwas zu tun. Sag Zett Bescheid, der soll top sein. Ja, okay, mach nichts. Ja, jetzt weiß er genau, dass er da hin soll. Ich hab auch, Zett, Beck, der sieht euch doch. Ja, ja. Ich bin hab da jetzt 08. Was für eine riesige Welt. Ich hab da, die kommen alle. Warte, nee, doch nicht. Warte, nee, doch nicht. Jetzt kommen wir, jetzt kommen wir, nicht doch. Aber jetzt. Junge, Alter mit Kalt, ich auch. Warte, jetzt Bäm, oder was? Ja, wir machen jetzt Bäm, oder was? Ja, wir machen jetzt Bäm. Mit den Gegnern zusammen. Warte, ich hoffe. Ja, wir sind unterwegs. Ja, wir sind unterwegs. Ah, ich will leben. Alter. Hahaha. Lass es, du stirbst. Lass es, du stirbst. Lass es, es geht back. Scheiß auf den Tau, ihr stirbt uns. Glaubt mir. Aber alle von denen haben die so einen Scheiß, die sie auf uns schmeißen können. Aber wirklich alle. Warum haben wir sowas nicht? Gegenfrage. Oh, Stefan, super gezogen, ey. Oh. Ey. Ich krieg mich nicht mehr, wenn ich deine Skills seh. Ey, Leute, es geht kurz beim Leben wie Freshen, ne? Warte kurz auf mich. Oh, die, oh, das Scheiß weg. Oh, was? Was? Gegeben hat einen Ton zu stürzen. Oh, Alter. Leute, ein Schuss crit mache ich 900 Schaden, ey. Das können wir nicht verlieren. Da bist du auch nicht. Ja, du musst dich fahren lassen. Das ist der Welt. Hm, ja, genau nicht. Junge, ja, was machst du Stefan, zieh den doch. Oh, der ist gar nicht. Göttlich, Stefan. So mag ich dich. Ich hab vorgerechnet, so richtig losgehen. Läupt. Ja, folgt alle, es ist real, die kleinen Deppen. Alter, mach dich gut. Danke. Oh, ich geh fertig. Ich hab kein Problem. Nein! Das ist Frank. Was? Renn weg, du Idiot. Oh, Sebastian, oh. Ach, du Scheiß. Das war richtig dumm. Danke. Ja, ich hab den doch okay. Ja, ja, ich hab den voll gelutscht. Oh, ich hab den voll gelutscht. Ein Verbündeter. Wo der selbst auch immer drin ist. Guckt auf euch jetzt rauszureden. Egal, wir haben... Na, Scheiße, Mann. Wie hab mich. Toll, trotzdem bist du nicht besser. Ich hab 10.5. Ja, du hast 9.5, das heißt, ich bin besser. Na, ich hab mehr fahren. Uh. Alter, alle Kämpfer am Tag gewonnen sind nach in der Aufnahme verloren, ey. Das sagt jetzt nur so. Hehehehe. Ha, du ey. Ja, ey. Oh, Alter. Jetzt freut er sich, dass du nicht da war, ey. Boah. Junge. Man dachte, nächstes Mal wenn, bevor irgendein Abonnent mitmacht, fragt nach seinem Alter. Wieso? Junge, ne, der trinkt, der trinkt Bier, ey. Der muss mindestens schon 80 sein. Ja, ne. Ja, und sie? Oh, Junge, ist gerade in Mieten. Nein! Halt. Junge, verlass dich niemals aufs Treffer. Jetzt wartet mal auf mich, sonst sterbt ihr immer. Ein Junge. Ja, ist doch wahr. Ja, man sieht doch schon, wie die Skills haben hier. Komm, wir machen oben diesen... Oh, ne, der ist zu ihm. Oh, Alter. Oben, wo ich die Miriams wieder gewillt. Ich geh bot, ich geh bot. Ja, Stefan, ey, komm doch. Schau doch, wie der ist jetzt... Alter, der soll mit den Arsch kriechen. Der steht auf sich an, da. Ey, willst du... Ich glaub, Settkopf. Nö, war ich da mit rein. Ja, ich krieg kein Blue. Wo ist er? Ist ich da. Ja, komm, was geh mal ne Bot, ey, Mitte. Sebastian, wo treffst du dich von oben? Der Tower. Ja, okay, ich geh top. Bleib hier mit. Wie hier du stirbst, ey. Dinge sind nicht... Ja, es ist Sebastian. Wir brauchen deine Kack-Ult. Bevor du stirbst, hau deine Ulti noch irgendwo raus. Hehe. Ja. Die Miriams. Obwohl es nicht mehr trifft, aber ich... Scheiß drauf. Jodo. Einfach nur gefühlt. Ich? Oh, ich hab einen schönen Farm, ey. Alter, Mist. Ey, Jodo, Digga. Komm. Könnenstern. Oh, anhält. Bist du tot. Ey, geh vor. Ja, wer ist mal tank gegangen? Geil! Alter, Stefan. Die Mensch ist nicht hoch genug. Ja, ey. Ich glaub, du bist einfach nur zu dumm, um das einzuschätzen. Es wurde ja sogar angezeigt. Ja. Wuhu. Wuhu. Diggaid. Nein! Wuhu. 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 da wird wenn wir ab Prokop Prokop das Brot der Brüder ein Prozent der Dorniert werden die jahre die Göttinger dieses auch noch draufgegangen Mauer waren bei den ja ohne dich Prozent 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 abrunden die Wohnung nicht mehr in wir sollten vielleicht auch nicht oder das ist super Schaffen wir doch schafft das ist echt gut ja würden wir immer jetzt okay würde Sebastian gescheit spielen guck dir mal was das Items an der Warte der Segel 0 10 ja wenigstens hat Sebastian auch ein paar Tank-Items im Gegensatz zu dir hab ich Jungs hab 3.10 ja 3.300 Euro also Sebastian ist besser der 300 Leben mehr aber hat er so geile Worte wie ich was er hat zu tun und sich auf dem Ort denn vorher auch geben man sieht ja dass das Film geworden ist ja auch die Schilder der Bruder die Endeffekt Jürgen dennoch nein jetzt geht es nicht mal eine Runde sein und sie machen daher ich will nicht mehr verlieren jetzt wiederum ich bin dr Weltbewerber die Brust an Hallo! Ihr werdet alle... Ihr werdet so draufkriegen. Ich bin froh, dass ihr draufkriegt. Wir haben den Baron draufkriegt. Ja, ach wirklich! Ja, schau, wir finden diesen Ding. Hä, kann es sein, dass der Ding gestorben ist? Der K6. Der K6 gestorben. Stand da vorne, ja. Deswegen sind wir auch ungegangen. Ey, komm, wir gehen auf Ari, ey. Ich schau da jetzt mal ne Ulti rein, ne? So, mach. So, jetzt schießen! Ein Gegner wurde getötet. So, geht ihr da lang, ich gehe hier unten lang. Super. Fuck! Auf ihn! Halt auf ihn! Schön habt ihr was gemacht. Oh, schön, Stefan! Oh, Junge! Ja, der Typ ist imbar. Guck mal, wie gefeetet der ist, der hat. Auseinander, Junge! Hilf mir! Mach was! Ja! Sobald er was machen kann, der fahrt sich jetzt nicht hier. Back, 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 back! Das versteht der nicht. Ja, dann macht man keinen Speed. Nice. Egal, wer entkommen ist. Oh, was ne Runde. Ach du Scheiße. Wir pinken da jetzt se- Oh mein Gott, das geht ja! Ja, weil sonst sterbt der auch noch! Oh, der seet! Heißt du nicht Zed? Seet, hübsches Ding. Das ist ne Gruppe, die Musik macht. Ja, okay. Du musst zu zehn, oh! Oh Gott, ey! Oh Gott, ey! Die wollen sich... Oh Gott! Die kriegen den noch! Das wird mich nicht wundern, wenn wir jetzt... Die hängen den sogar im Tower, das kann ich dir versprechen. Jürgen, der wollte der am Anfang... Oh mein Gott, oh, ist Zmeid oder so! Oh, ist Zmeid? Ja, da freut er sich... Ich bin mit alleine und er dann skippt und er dann findet der hoch. Jungs, was soll er stehen? Der muss ja jetzt ein bisschen taktisches Warn machen. Ah, halt, mach! So ne... Ja, okay, fahrt er schön zu zweit, es ist göttlich. Oh, die steht da! Ja, ist mal logisch, dass sie da stehen. Lass es, lass es, lass es, ich kann noch Fernkämpfe machen. Ja! Junge, andere Typ kapiert das nicht. Ich hab mal einen Ultimstand vorgegeben. Du musst irgendwie so einen Buchstab festlegen, ne? Kapiert doch das. Oh, das ist schief, weil ich das angehen kann. Was ist das? Lass es dir? Ja, ich komm! Oh, oh, oh! Wo ist er, wo ist er? Ja, toll, da unten, ey! Oh, das war flaschgefilmt! Alle rein! Oh, ja, in der Fall! Oh, ja, in der Fall! Tschüss, ich geh! Ich lerne jetzt nicht sterben. Ja, haut ab! Ja! Ja, Ander! Ja! Du bist ja ein richtig feiner! Ja, ich weiß! Wegen Ander verbringern! Scheiße! Hast du dein Ulti gemacht, Ander? Ja! Hoffentlich kriegen sie dich noch! Wieso denn, was soll ich denn machen?! Oh, der Seid, der macht hier jetzt Fender! Junge, die ganken dem Loch hier am Team! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was hat der gemacht?! Das ist der Waldherr! Der Gegner hat einen Fernsehschluss! Ander, Ander, du kriegst sie doch noch! Und irgendwie noch nicht! Oh mein Gott! Oh, das war dein Todesurteil! Chabil! Chabil! Uh! Geiler Händelstelle! Uh! Uh, Stefan! Stefan haut Schaden! Nichts! Nichts! Lass es sterben! Was machst du denn?! Was machst du denn?! Ja, wo kriegst du noch einen drauf! Wie viel Leben hat denn der? 3600? Ja, mehr als du, ne? Da wunderst du dich! Was? Da wunderst du dich! Was? Ja! 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 Da wunderst du dich, Stefan! Oh ja, da wundert er dich! Jo! Komm, einen krieg ich noch! Nein! Nein! Knapp war der! Schuss! Junge! Wohin sollte der denn? Wohin sollte der denn? Wohin sollte der denn? Wohin sollte der denn? Hat er doch gerade gemacht! Schuss! 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 Ah ne der Schuss ging zu! Wohin! 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 Mach da noch Geräusche dazu! Das ist sicher dein Oberleut! Aaaahhhhh! Wie schlecht ist denn der? Sorry wenn das süß, aber du bist überhaupt! Ja! Dann lacht der andere ihn auch aus! Ey was soll denn das jetzt? Holt ihn jetzt euch! Er hat Gefühle an! Ich hab keine Geister mehr! Junge! den reichen Einfach Nupas Sebastian Ey, da stirbt j Poly Da stirbt jetzt jemand Geh weg Kann der nicht mal seine Kuh treffen, ne Sebastian? Ja, weil keine Mana mehr Ja, aber eben grad konntest du noch machen ne? Ich hoffe die Scheiße zu labern General das ist ja jetzt auch mal kurz jungen ein bisschen zieht jetzt hoffentlich an da nein 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 haben wir auch nicht auf ari oder jemand der anderen vier weniger tode als ich das hat ein kill noch mehr was soll denn der mist er hat ich habe extra meinen trainen aufgemacht stürzte So, 57 dürfte jetzt reichen an der P. Haha, die Gang umnimmt was wird am Dauern. Geil! Ich glaub, dass du es sterben. Oh mein Gott, ey. Renn, 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 weiter! Ander macht nix! Lass ihn sterben! Und set gleich mit, wenn er da ist, ich den weiß. Ihr seht... Oh, der kennt mich hier das Game. Junge, Ander bleibt doch nicht dastehen! Die haben Blizzcrank, ne? Schön, dass sie ihn haben, ne? Boah, der will hier unbedingt auf uns springen, ey. Ja, der will nicht auf uns springen. Au! Oh, um ne Tower! Oh, um ne Tower! Rennt alle gleich hoch, ne? Wär's schon voll, ey, was ist das? So, mit einem Schuss, ey, mach ich einfach 300 Schaden. Und mit einem krieg 900, ey, das... Ich mach's, 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 ich mach's. Und ja, wir sollen die... Und so, mit einem Zitat, um die Staaten, ne? locca streams veure GOTRICH Sebastian sie macht als ob du voll bist. Der Chats ist voll. Spaß! Ach, der kann auch selber gucken, ey. Ich krieg mich was, der... Junge... Schlimm... Und wir kriegen noch einen, okay. Meiner! Musste ich jetzt machen, ich weiß nicht. Looooool! Macht den Attacke euch mit One-Hit. Oh, ich hab keine Mane mehr! Da muss ich gucken. Wir sind ganz nehmig. Oh Mann. Verlo-er. Wifi, 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 wifi. Wartet mal ganz kurz. Oh nein, scheiß Teer. Oh Gott, mach Decker. Ich meine, das ist 8, Liga. Oh nein, ja. Der Eswill, der... Jörg. Nein! Kassix geht auch. Jetzt bin ich nicht. Ari geht. Ich sollte euch sagen, was geht. Jace ist so gut geliebt. Wir werden verlieren. Stefan, soll ich dir mal sagen, was geht? Ja, Leute, ihr seht, wir werden also verlieren. Ganz klar. Ja. Sebastian, halt noch vier Sekunden raus. Den hast du. Ich will das mal nicht mehr so gut sein. Ich möchte noch ein paar Minuten. Ich will das mal nicht mehr tun. Aber ich habe 17.8 für mich ist noch immer noch trotzdem eine gute Runde mit rein erfahren. Wir kochen das auch noch so gut, denn das ist auch eine gute Runde nicht. Ah, die Scheiße! Stop-Inni-Bator! Jone ist, kannst du nicht mehr retten. werden 05 auch so schlecht ja nicht mal einmal kreis von der überhaupt keine Sorge ist das BD werden zu stark gemacht all ich habe mit dem Wasser das war knapp ist wirklich oben noch nicht lieber weg Ok. Ok. Wo ist der gestorben? Da. Ach du heilige Scheiße. Kommander, geh drauf! Warum denn? Ich hab... Wieso? Ja, ich hab gehofft, dass du jetzt da rein rennst. Warte kurz, wenn du reißt. Oh, der wär schon, wenn er getroffen hat. Autsch. Ja, der Jace ist jetzt... Wir müssen richtig jetzt defen. Jetzt einfach das vorstehen. Ja, ja, def ihr Mann, komm gleich. Die fokussen mich als Tank noch raus, aber mach... Nein, das ist einfach so übertrieben. Da können sie dich nicht fokussen. Ja, das macht den Linken aus. Der hat mir am meisten Schaden gemacht. Es wird 1.700 Schaden mit aufgegeben. Ja, der Blitz bringt das einfach so schlecht. Der zieht einfach irgendeine... Und dann macht das Team hinein, macht den Glanz. Naja, wir haben verloren, Leute. So ist das halt.